Und ich glaube, wir sollten uns viel weniger Gedanken machen, wie man hier etwas umschreiben könnte, um niemandem auf die Füße zu treten, sondern ganz klar denen massiv auf die Füße treten, die dafür sorgen, dass der innere Frieden, die innere Sicherheit und das innere Miteinander in Deutschland gestört ist. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über den Deutschen Pressekodex. Das ist das Regelwerk, dem wir als Journalisten unterliegen und was die Rahmenbedingungen darstellen soll, wie wir worüber politisch möglichst korrekt berichten. Und da geht es mir heute ganz genau um Punkt 12.1. Ihr ahnt es schon, da geht es um die politische Korrektnis in der Berichterstattung bei Straftaten. Ja, das ist ein spannendes Thema, dem wir uns heute stellen. Mein Name ist Chris. Ja, und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr alles, was sich in Habitat Deutschland, in unserem Lebensraum so tut. Und da geht es mir heute ganz genau um Punkt 12.1. Ihr ahnt es schon, da geht es um die politische Korrektnis in der Berichterstattung bei Straftaten. Richtig. Ich lese es euch mal vor, damit wir alle wissen, worum es geht. Berichterstattung über Straftaten gültig seit 22. März 2017. In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit von Verdächtigen oder Tätern zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden. Es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorteile gegen Minderheiten schüren könnte. Ja, soweit 12.1. Ja, und ihr merkt, es geht um Minderheiten. Das bedeutet, wenn eine Minderheit irgendwo in Aktion tritt, indem sie jemanden absticht oder indem sie jemanden ausraubt und der Täter gehört einer Minderheit an, egal ob nun derjenige schon gefasst wurde oder es eine Fahndung ist, treibt das natürlich Stilblüten. Insbesondere dann, wenn die Polizei die Medien um Mithilfe bei der Suche, bei der Fahndung bittet und dann gibt es ganz skurrile Fahndungsaufrufe, in denen es dann heißt, ein Mann zwischen 25 und 30 mit phänotypischer westasiatischer Herkunft. Jetzt stellt ihr euch die Frage, was heißt phänotypisch westasiatisch? Das ist eine gute Frage. Da gibt es zig Interpretationsmöglichkeiten, aber da Ross und Reiter nicht mehr benannt werden dürfen, gibt es eben solche Aufrufe, die ja nur eine ganz geringe Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie so verschwabuliert werden. Auf der anderen Seite passiert aber auch Folgendes und nach 12.1, ihr habt es ja mitbekommen, geht es nur um Minderheiten, nicht um Deutsche. Und das führt zu ganz kuriosen Randerscheinungen, dass zum Beispiel da keine Rücksicht drauf genommen wird. Das hier war diese Tage in der Bild-Zeitung zu lesen. Und zwar ging es darum, dass sich zwei Touristen an einer Touristin vergangen haben und getitelt wurde dann tatsächlich Wieder Mallorca, zwei Deutsche und der Text geht weiter. Zwei Deutsche. Jetzt ist es so, im ganzen Text ist nur davon die Rede, dass es zwei Deutsche sind. Wenn man sich die spanischen Originaltexte anschaut, die zu diesem Ereignis erschienen sind, denn da haben nicht nur die deutschen Zeitungen drüber berichtet, sondern auch die spanischen, logischerweise, wenn es zum Kapitalverbrechen auf Mallorca kommt, berichtet auch die lokale spanische Presse, so auch die Ultima Ora. Und da hieß es dann in dem Text, ich blende es euch hier ein, da werden dann nämlich Ross und Reiter insoweit genannt, dass man die Vornamen genannt hat. Und da fällt dann auch der Vorname Monir. Nun ist anders als bei Gerhard, Hans oder Franz Monir nicht gerade so ein typisch deutscher Vorname. Und wenn man nachschaut und sich mal überlegt, wenn man sich da mal überlegt, wo kommt denn zum Beispiel der Name Monir her, achtet mal drauf, dann stellt ihr fest, der Name Monir ist ein männlicher Vorname und heißt der Leuchtende und ihn gibt es in unterschiedlichen Varianten im arabischen und türkischen Bereich. Nun gehe ich mal davon aus, dass dieser Monir einen deutschen Pass besitzt, eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, aber anders sozialisiert ist. Und wenn man ihn selber fragen würde, welche Nation er nun repräsentiert, wage ich zu behaupten, dass hier die Deutsche als erstes genannt wird. Warum ich das erwähne? Nun, es ist kein Einzelfall. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem ähnlich gelagerten Fall bei dem sogenannten Shisha-Mord. Da ging es dann darum, dass es zu einem Attentat kam vor einer Shisha-Bar. Und da hieß es dann in der Presse im Text Anlauf, im Stadtteil Sasel richtete ein Killerkommando einen 24-jährigen Mann in der Nacht zu Montag vor einer Shisha-Bar hin. Jetzt wurde der mutmaßliche Schütze, Gedankenstrich, ein 30-jähriger Deutscher von Zielfahndern und Spezialkräften der Polizei in Hamburg Heimfeld festgenommen. Man geht also gezielt darauf hin, obwohl es hier keinen Sinn macht, und weist darauf hin, das war ein Deutscher. Ja, und dann schaut man sich den Herrn an und stellt fest, auch er hört auf den Namen Baran. Nochmal, auch Baran ist nicht Hans, Franz, Klaus oder Peter, sondern auch Baran lässt den Schluss zu, gerade auch wenn man diesen gepflegten und gestylten Bart, der doch noch einiges länger ist als meiner, anschaut. Das ist sich hier, und das bestätigt sich dann auf einen zweiten oder dritten Blick, nämlich in anderen Texten zum selben Ereignis, liest man dann der Deutsch-Türke. Das bedeutet, ihr seht hier ganz klar die Zuweisung in den Medien, dass wenn man bei Straftaten die Möglichkeit hat, davon abzulenken, dass der Attentäter, Straftäter, der mutmaßliche Straftäter, der Angeklagte später im Verlauf des Prozesses, dass es hier einen Migrationshintergrund gibt, lenkt man so lange davon ab oder bezieht sich da drauf, er hat ja einen deutschen Pass. Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Stelle ist. Hier wird Unmut unnötig geschürt. Aber das ist keine Ausnahme. Denn wo kommt das her? Nun, das kommt daher, dass sowohl die Medien als auch die Polizei selber hier einen Maulkorb verpasst bekommen hat, schon vor längerem. So hat auch die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer, hier seht ihr es, in einer Studie herausgefunden, wie brutal doch die Sprache Auswirkungen hat auf das Befinden und das Gespür der teilweise traumatisierten Ankommenden, sprich Asylsuchenden, die sich in Deutschland mittlerweile zuhauf eingefunden haben. Und darauf sollte man Rücksicht nehmen. So ist auch zum Beispiel der Begriff Nafri, der lange Zeit im Jargon der Polizei stand für nordafrikanische Intensivtäter und damit ganz klar eine Klientel benannt hat, die so in Erscheinung tritt, die sich klar beschreiben lässt, nämlich als Intensivtäter aus Nordafrika, gemeint sind Algerien, Tunesien, Marokko und angrenzende Staaten, dass man hier ganz klar diese Gruppe im Fokus hat. Es gab eine unglaubliche Welle der Empörung, als das rausgekommen ist, bei den Grünen und auch bei der SPD, weil es hier zu einer Verallgemeinerung gekommen wäre, dass sich Nafri als Bezeichnung nicht nur auf die nordafrikanischen Intensivtäter beziehen würde, sondern als allgemeingültige Abkürzung für Nordafrikaner genutzt würde und das sei diskriminierend und sei deswegen zu unterlassen. Ihr merkt, in dem ganzen Bemühen, hier einen Kurs anzustreben, der keinem wehtut und allen Wohlgesonnen entgegentritt, passiert dann eins, dass unsere Polizei, wie jetzt in den letzten Tagen, bei den ganzen Pro-Palästina-Kundgebungen in Berlin und anderswo, hilflos daneben steht, weil offensichtlich weiß man hier nicht nur, nicht mehr wie man sie ansprechen soll, sondern wie man diesem Chaos Herr werden soll. Und ich glaube, wir sollten uns viel weniger Gedanken machen, wie man hier etwas umschreiben könnte, um niemandem auf die Füße zu treten, sondern ganz klar denen massiv auf die Füße treten, die dafür sorgen, dass der innere Frieden, die innere Sicherheit und das innere Miteinander in Deutschland gestört ist. Was meint ihr dazu? Wenn ihr hierzu eine Meinung habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, es würde mich unglaublich interessieren. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergesst nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.